Hallo! Okay, jetzt drehen wir ja das Tier-Video-Schmink-Dingsbuch und ich versuche sie so wunderschön wie es geht zu schminken. Also mach erst mal ein Schmetterling, das wäre am besten. Nee, ich bin eine Katze. Ja, okay, eine Katze. Nein, eine hilft die Katze und eine Schmetterling, wegen den Farben ausprobieren. Ja, weil man sollte die Farben auch nicht zu fest, aber sonst kriegen die Kinder die auch nicht mehr ab. Sonst, ja, ich werde dann auch Dödelkunde nicht mehr richtig abbekommen, ne? Ja, ich werde dann heute geschminkt als Hefte. Schmetterling und Katze. Okay, als erstes fangen wir glaube ich an mit einer Creme, falls das Kind, also quasi, was es jetzt sein sollte, ne Kind, etwas Creme und ich weiß, die riecht nicht so lecker, ja. Aber, ne Creme. Okay, da wir Freunde sind, mach uns das nix aus. mach uns das nix aus. Ja, wir sind uns zu trennen, ich werde zu fangen. Ich glaube, dann fange ich auch mal an. Womit? Ich such das Teil hier gerade. Diese kleine Plätze. Diese kleine so. Ah, da. Ich fange am besten an mit dem Schmetterling. Ja, dem Schmetterling würde ich heller machen. So und sowas. Ich nehme jetzt so einen kleinen Pinsel für die Umrandung vom Schmetterling. Ich glaube, dann nehme ich erst mal dieses Weiß. Hm, würde ich auch machen. Das ist so ein schönes, hier das. Schöner Weiß. Das glitzert auch so ein bisschen. Hm. Muss ich erst mal gucken. Lasst mir telefonen drin auf. Daver sind Boris Neufru belangrijk. Was ich ging erst mal da rein? Weil wir alle Nein alles? Wenn der weiß, Ich behalte den konstruieren. Ich nehme einbilder Dir. Ähm, ja, wir reden kaum, merkt ihr, dass Lia redet jetzt mit euch. Ja, also, wenn man die Weißumranung macht, sieht das eigentlich mal viel besser aus als Schwarz. Und Schwarz kriegt man oft viel schwerer ab als normale Farben. Ja. Als erstes wird jetzt die Offenranung gemacht und dann, ja, werden wir weitersehen. Also, hm. Manche denken ja auch, wenn sie hier in der Nähe wohnen, dass wir Geld verlangen, aber das machen wir eigentlich nicht, wir machen das nur noch Spaß. Ne? Theoretisch schon. Okay. Das ist jetzt die Offenranung. Ja. So. Ja, und weiter. Ja, die Umrandung ist richtig schön, ja. Der Schmetterling ist auch viel einfacher irgendwie als die Katze, weil, weil der Katze muss man genau zeichnen. Aber beim Schmetterling, der kann ja krumme Flügel haben, weil, ne? Schmetterling werde, ja, meistens anders geboren, wie man es denkt. Dann gehe ich hier, äh, noch so, wie soll ich das jetzt machen? Ich glaube dann, ah, ich hab' ne, oder doch, kann ich so machen. Dann mache ich das Augenblid und etwas die Augenbraue, pink. Um halt manche, man malte Schmetterlinge, also die kleinen Kinder malen, die ja so, dass sie Punkte in der Mitte haben und das mache ich dann jetzt auch als Auge, so. Kannst du auch im Spiegel gucken, Alia. Alles okay? Mhm. Sieht heftig aus, ne? Schön, schön. So, das ist das Auge und jetzt noch die Farbe drauf. Machen wir. Ähm, ich glaube, das war schon das Auge. Ja. Also, ja, die kleinere Kinder malen ist ja immer so. Obwohl manchmal stimmt's nicht, aber Schmetterlinge kommen so, wie man denkt malen. Weil, wir sollen ja nicht jetzt so dramatisch normal malen. Ich male jetzt aber auch nicht alles aus, ne? Das mache ich dann auch bei den Kindern nicht, weil das ist halt so viel Aufwand. Und, mhm, also bei so richtiger Gesichtfarbe kann man das machen, weil da hat man ja so ein extra Pinsel. Weil, weil so ein Pinsel ist leider nicht dafür geeignet. Sonst wäre es nicht okay. Und, mh, ich glaube, das war schon mal. Also, ich glaube, das war schon mal. Ja, ich glaube, das war schon mal. Ja. Was ist das? So, dann machen wir eine Hälfte noch von den Lippen. Und das ist der Schmetterling. Ja. Und das ist der Schmetterling. Ja. Also wir malen ihn nicht ganz aus, aber wir malen es schon. Also wir können ja dann vielleicht so einen kleinen Pinsel, also einen kleiner, dann so ein bisschen verschmieren. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch rüber zur Katze. Ja. Okay. Okay. Jetzt kommt die Katze. Ja. 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 Ja jetzt mal rum. Ja. Eigentlich geht eine Katze viel schneller und sieht auch schöner aus. Ja. Ah, da fehlt noch etwas hier. Ah, ja. Ja, also. Und das sieht auch noch hässlich aus. Ja, genau. Ah, okay, dann sagen wir vielleicht mal, dass sie Jussi ist. Ja.